Konrad Beikircher Der Ludwig, jetzt mal so gesehen Beethoven im Alltag Gelesen vom Autor Beethovens Leben im Rheinland und wie trotzdem, was aus ihm geworden ist. Alles fängt ja damit an, dass das Fun bei Ludwig van Beethoven eine hübsche rheinische Scharade ist. Es ist kein richtiges Von, aber ist es so ein bisschen mehr als gar nichts, ist es dann doch. Und das bei einem, der, wie jeder richtige Rheinländer damals und heute, natürlich Republikaner war. Wo der Münchner oder der Wiener heute noch chromosomonal Monarchist ist, von denen ja keiner ohne Krönchen leben kann, war die rheinische Art auch zu Beethovens Zeiten schon ein bisschen anders. Man ertrug die Monarchen, mochte sie aber nur dann, wenn man mit ihnen abends auch mal ein Kölsch trinken konnte. Andernfalls konnten sie dem Rheinländer der Maibiefe, den Maipfeifen, den Buckel runterrutschen. Und Ludwig van Beethoven war geradezu ein Paraderepublikaner, vielleicht noch nicht während seiner Zeit in Bonn, aber in Wien, wo jeder Laternenanzünder ein kaiserlich-königlicher war und wo mit Hofratstiteln die Straßen gepflastert werden, schliff sich sein rheinisch-republikanisches Politikverständnis zu einer Waffe, die auch seinen Werken inne wohnt. Das spürten die Zeitgenossen und sie reagierten darauf. Mit Jubel die einen, mit Verständnislosigkeit die anderen, weil neben der musikalischen Größe eben auch die politische Botschaft verstanden wurde. Bei der Suche nach einem musikalischen Ausdruck für die Menschheit kann es kein Oben und Unten geben, sondern nur ein Alle-Menschen-werden-Brüder. Für mich ist diese Dimension Beethovens ohne seine rheinische Jugend nicht erklärbar. Wir wissen, dass es eine schlichte, einfache Jugend war und schon dem Kind rheinische Wirtschaft, Wirtschaften, Gasthäuser nicht unbekannt waren und damit auch das dominante Gefühl an rheinischen Theken, nämlich »Hier sind alle gleich«, oder? Anders gesagt, unser Ludwig muss im kaiserlich-königlichen Wien, wo er täglich mit Fürsten, Adel und Jüdönsräten konfrontiert war, schon beim Aufstehen so einen Hals gehabt haben, umso mehr, als er auf sie angewiesen war. Insofern ist es eine, wie ich finde, lohnende Aufgabe, den rheinischen Wurzeln im Werk Ludwig van Beethovens ein bisschen nachzugehen. Ohne diesen rheinischen Teppich ist zumindest eine Geschichte gar nicht auslotbar, nämlich die Geschichte, die Bettina Brentano berichtet, die ich aber hier lieber Beethoven selbst in den Mund legen möchte. »Wie ich in der Blitzens der Jöte getroffen hab, sie mir spazieren gejangen, und da kamen uns die Kaiserin von Österreich mit dem ganzen Hofstaat und Jüdönsräten und allem Entjähnen, und der Jöte wollte denen schon Platz machen. Da hab ich für der Jöte gesagt, bleib nur in meinem Arm hängen, die müssen uns Platz machen, wir nicht. Aber dem Jöte wurde da mit jedem Schritt unangenehmer, er reißt sich plötzlich von mir los, tritt an die Seite und zückt der Hut bis zur Erde. Sch' möchte mal sagen, ein Bild des Jammers. Dieser Dichter. Und dann der Hut bis zur Erde. Ich natürlich mitten durch, durch die ganze Package, kurz der Kaiserin zugenickt, hatte sich der Fall. Die haben sich auch alle brav verneicht und mich gegrüßt. Paar Schritte bin ich weiter gejangen und hab dann auf der Jöte gewartet. Und wie der kam, hab ich ihm gesagt, damit er es sich auch merkt. Auf sie hab ich gewartet, weil ich euch ehre und achte, wie ihr es verdient. Aber jenen habt ihr zu viel Ehre angetan. Hatte der natürlich so einen Satz rote Ohren. So oder so ähnlich hat unser Ludwig die Geschichte im Wiener Griechenpeisel oder im Sauerhof im Baden bei Wien wahrscheinlich erzählt. Wahrscheinlich ist unser Ludwig am 16. Dezember 1770 geboren. Das war ein Sonntag. Weil man damals bei jeder Geburt befürchtete, ein Neugeborenes könnte schnell sterben, taufte man es so flott wie möglich, damit es zumindest in den Himmel kommt. Ich mein, so ein Leben im Himmel mit Flügelchen auf den Schultern und dann ein bisschen über dem Bilderrahmen auf die Erde gucken, ist ja auch nicht verkehrt, oder? Wissen wir ja von Raphael. Ungefähr jedes vierte Baby starb damals, jedenfalls im ersten Lebensjahr. Jedes zweite Kind erreichte das vierzehnte Lebensjahr nicht. Papa van Beethoven hatte einen besonders guten Grund zur heiligen Taufe, nämlich Ludwigs älteres Brüderchen Ludwig Maria ist ein Jahr vorher gerade mal sechs Tage alt geworden. Und auch die drei Nachzügler Anna Maria Franziska, Franz Georg und Maria Margareta Josefa hat es zwischen 1779 und 1787 im zartesten Kindesalter dahingerafft. Das wusste der Papa da natürlich noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht hat das geahnt. Na gut, neben der allgemein hohen Kindersterblichkeit kamen da vielleicht auch die Alkoholgene vom Papa Johann dazu und die von der Oma väterlicherseits. Am Montag, dem 17. Dezember, ist unser Ludwig jedenfalls getauft worden und das war wahrscheinlich der erste Tag nach der Geburt. Mein Hebammen konnten damals noch nicht schreiben, sonst hätten wir sicher eine genauere Notiz über den Zeitpunkt der Geburt Beethovens. Beethovens wahre Taufstätte, die alte Remiguskirche, die 1800 vom Blitz zerstört wurde und abgetragen werden musste, stand am heutigen Blumenmarkt und war damals natürlich unbeheizt. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Johann van Beethoven, der frischgebackene Papa, hat am Sonntag mit seinen Freunden alles Musiker. Und wie Musiker zulangen können, das ist ja hinlänglich bekannt, die Geburt begossen. Jetzt, am Montagmorgen, gibt er dem Pfarrer Bescheid, er hätte da wen zum Taufen und läuft mit dem Kleinen rüber in die Kirche. Er nimmt die beiden Taufbaten mit, Ludwig van Beethoven, den Opa, und die Frau des Nachbarn, Gertrud Müller, genannt Baums Gertrud. Es ist der 17. Dezember und eiskalt. Das Taufbecken ist zugefroren. Der Pfarrer muss erstmal mit dem Eisbickelchen etwas Eis crushen, damit man überhaupt taufen kann. Und da steht nun der Papa und hält den kleinen Ludwig in den Armen. Er macht dem Baby den Oberkörper frei. Ludwig läuft vor Kälte sofort blau an. Da nützen auch seine dicken Haare nix. Und dann setzt er den Kleinen in den ersten Windeln seines Lebens auf das Eis. Der Pfarrer holt das Taufschäufelchen. So was gab's damals für die Winterzeit in den ungeheizten Kirchen. Und es hatte natürlich auch einen lateinischen Namen, nämlich Trulla Lavacri. Im 20. Jahrhundert dann zu einem abwertenden Spitznamen für ein bisschen umständliche, schwerfällige, nicht wirklich attraktive Frauen degeneriert zu. Du Trulla. Er schüttet ein Schäufelchen voll gekraschten Eises über das Baby und dem Kälteschock gräte der Kleine vor sich hin. Ah! 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 Woran sich das Unterbewusstsein unseres Ludwig Jahrzehnte später vielleicht wieder erinnert, als er im Februar 1804 die ersten Skizzen zu seiner fünften Sinfonie niederschrieb, sie wissen schon, ihm fehlte noch die zündende Idee. So sehr er sich auch bemühte, es fiel ihm einfach nix ein. 1804 war ein schweinekalter Winter. Beethoven lebte auf der Mölka-Pastainnummer 8 im pasqualatischen Haus im vierten Stock, brachte im Unterhemd gerade das Leergut runter, bevor er weitermachen wollte, so nach dem Motto »Bisschen Kälte erfrischt und pustet das Hirndorsch«. Er fluchte über die erbärmliche Kälte, da fiel ihm seine Taufe ein, und die Geschichte über sein vor Kälte stotterndes Schreien, die ihm der Papa immer wieder erzählt hatte, fertig war das Hauptmotiv der fünften Sinfonie. Heute wissen wir ja, dass solche Traumata, wie bei der Taufe mit nacktem Oberkörper auf Eis zu liegen, uns ein Leben lang begleiten können. Furchtbar! Nun ist er also getauft, unser Ludwig, und das Leben kann losgehen. Da muss ich aber einen Moment einhaken, denn Beethoven ist es nicht anders ergangen als allem Promis. Nichts interessiert die Leute mehr als das Private und vor allem das privateste Leben bekannter Menschen. Ich sage nur, Lady Di, da wird gewühlt und geschnüffelt immer noch, dass es selbst einer Trüffelsau schlecht wird, und die verstehen ja wirklich was von Wühlen und Schnüffeln. Gerüchte gelten als Nachrichten, üble Nachrede als Recherche und Häme als Würdigung. Und wenn dann doch mal einer genauer hinschaut und sieht, dass alles halb so wild war, ist die Enttäuschung groß. Das allerdings, bitte das zu bedenken, ist kein Alleinstellungsmerkmal unserer heutigen Zeit, über die Konservativer ja gern klagen, sie sei moralisch verwahrlost, nein, nein, Herrschaften, das hat es immer schon gegeben. Wie zum Beispiel, fragen Sie mal die Altphilologen Aristophanes in seinen Komödien über Sokrates Herzog, das hat der absolut Daily Mirror oder Bildniveau, es heißt so. Bei unserem Ludwig war das ähnlich wie bei Mozart. Rankten sich bei diesem die Gerüchte um seinen Tod, Verschwörungstheorien ohne Ende bei Mozart, von der ist vom Salieri aus Neid vergiftet worden, bis hin zu der hat sie die Syphilis gefangen und hat sie viel zu viel Quecksilbersalben draufgeschmiert, bis er tot umgefallen ist. So bildeten sich bei Beethoven Legenden um seine Abstammung. Im Diktionnaire Historique des Musiciens, das in Paris 1810 erschien und von den Herren Alexandre Choron und François Pfeiol verfasst worden war, tauchte zum ersten Mal eine Behauptung auf, die in der Folge immer wieder kolportiert wurde. Die Behauptung nämlich, Beethoven sei der uneheliche Sohn des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm II. gewesen, das war der, der das Brandenburger Tour gebaut hat, auch nicht gerade eine Leistung, für die man gerne verewigt sein möchte, oder? Woher die Wurzel dieses Gerüchts rührt, wissen wir nicht, und wie das bitte schön gegangen sein soll, dass die ehrenwerte Maria Magdalena von Beethoven, Verwitwete Leim, geborene Keverich aus Ehrenbreitstein bei Koblenz zwischen Trauer und Wiederverheiratung mal eben nach Berlin gedüst und da ausgerechnet beim König im Bett gelandet sei, das steht eh auf einem anderen Blatt. Dennoch geistert dieses Gerücht immer wieder bis heute durch die Beethoven-Biografien. So wadenbeißerisch hartnäckiges Offenbar nach wie vor das Interesse daran, die Großen auf das unerträgliche Niveau des privaten Luderfernsehens herabzuziehen. Bleiben wir bei den nicht minder amüsanten Fakten. Beethoven wurde in eine Familie hineingeboren, die schon etwas Besonderes war. Der Opa, väterlicherseits, stammte aus Mechelen in Belgien, war ein braver Musiker in kurfürstlichen Diensten am Hof in Bonn, Bass und Dirigent, und besserte sein Einkommen durch einen Weinhandel auf. Er selbst war wohl einigermaßen ausgeglichen. Seine Frau allerdings hatte die rheinische Krankheit Schabau. Schabau heißt Schnaps und war damals das Volksgetränk für die einfachen Leute. Die konnten sich keinen Wein leisten, außerdem lehnten sie ihn ab, weil die Wirkung zu lange auf sich warten ließ. Schnaps war billig und zielführend, also vom Preis-Wirkungs-Verhältnis wesentlich effektiver als der teure Wein. Selbst Heinrich Böll schrieb noch, dass man bis Bad Godesberg von Süden kommend Wein trinke, ab Bonn aber Schnaps, also Schabau. Übrigens hat man in der Zeit Zeuglingen einen schnapsgetränkten Schnuller in den Schnabel gesteckt, damit sie ruhig blieben. Was müssen das für schöne Zeiten gewesen sein? Eine bewährte Methode, auch in meiner Heimat in Südtirol, behauptete man noch in den 1950er Jahren, die Unterlandler, das ist die Gegend südlich vom Bozen, wo der wunderbare Wein herkommt, seien deshalb so dumm, weil sie in Leps getränkte Schnuller zutzeln mussten, während die Eltern beim Wimmen waren, also bei der Weinlese. Leps ist kein Most, sondern ein eigens hergestellter, Anführungsstriche, Wein, der aus dem gemacht wurde, was von den Trauben nach dem Einstampfen und Entsaften im Bottich übrig geblieben ist. Er schmeckt grauenhaft, hat weniger Alkohol aus richtiger Wein, als der Tod der Himmel hinzu. Er schmeckt grauenhaft, der aus dem Hao coronapol aus richtiger Wein. wenn man mit dem Leser hat uns in den Haaren in der Augen wird, Er schmeckt gerade woanders im Es in der Augen ist, auf dem Körper genutzt. Vielen Dank.